Ja, am liebsten bin ich im Sommer mit dem Radl unterwegs und da fahre ich am liebsten dann am Nachmittag oder Spaten auf die Nacht mit dem Radl zu einem See. Das ist auch gleichzeitig meine Lieblings-Tour zum Almsee, weil das Gute ist, der hat immer frisches Quellwasser und da springe ich dann nicht mehr rein, der ist nie wärmer als 20 Grad. Das ist immer eine super Abkühlung. Ja, also meine Lieblings-Tour, die geht von mir daheim, wo ich jetzt wohne, in Scharnstein, an den Almsee hinein. Das ist jetzt nicht großartig anspruchsvoll, ist relativ eben, aber super mit dem Rennradl zum Fahren und natürlich auch mit dem Motorradl, was eigentlich so meine größte Leidenschaft im Sommer ist. Da kommt man dann eben schön am See raus, rings um die Berge, super Panorama, macht immer Spaß.